Wir müssen vor allem das Problem der explodierenden Mieten in den Griff kriegen. Für eine soziale Politik, für Klimaschutz, die Mobilität für alle zu ermöglichen. Wir sind die, die dafür stehen, die Veränderungen anzupacken. Nehmen Sie noch Brötchen? Gerne. Das uns begegnet und das höre ich uns ganz viel Freude. Danke schön. Aber halt genau auf der Linie. Also immer vor... Genau. Sehr gut. Unsere Leute sind hoch mobilisiert und überall draußen unterwegs. Wir sind eine Partei, die ausdrücklich für die ganze Stadtpolitik macht. Und die auch überall ist. Musik Wir haben angefangen, die Stadt umzubauen. Eine Fortsetzung wird es nur mit starken Grünen geben. Franziska Giffey bereitet die Deutschland-Koalition vor. Und wir sind die, denen es um die Zukunft geht und die die Zukunft gestalten. Ich bin derjenige!